ich muss dann später unbedingt ins dorf dynamit holen dynamit ich will auch können wir dann zusammen gehen weil ich muss unbedingt auch in die höhle runter die axt holen da unten kriegst ja noch mehr dynamit außerdem brauche ich noch so ein wasserschlauch bei mir ist halt echt das halbe haus putt gegangen so fädchen holz stamm es kommt normalerweise vier bis fünf holz stämme raus aus einem baum manchmal auch drei das ist mir neu außer die baden weg scheiße ich muss halt hier noch mann darf ich das halbe haus wieder neu bauen mal die die mauer fertig bauen ich kümmere mich jetzt ich kümmere mich jetzt erst mal um mein haus das ist bei mir definitiv wichtiger weil bei mir ist es wichtiger dass keine leute keine dinge reinkommen anstatt dein haus ne weil bei mir ein bisschen mehr kaputt gegangen ist das stimmt ja kassi meine ganze essensversorgung ist weg blöd klar ja so ich hab's dir sara geschrieben oh super jetzt machen wir jetzt hier ne fucking bombe ey ich hab die schnauze voll schauke zieht hier den halben wald in die luft da war eine rammlung denn es melden ernsthaft die scheißbombe hat nur einen verfickten baum gefällt so name geändert jetzt beiträgen passwort gut kassi mindestens benutze den für den bau vorsicht das typen und wer du verpüßt dich jetzt ich möchte dass du jetzt dass du den typen killst kassi ja den typen hier möchte ich dass du den killst der hier ja ja oder den ja 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 gibts ihn gibts ihn Tyrox das hört sich so falsch an bei dir gerade gibts ihn nein das hört sich gar nicht falsch an also nein was kann man da falsch verstehen also ja oh da ist noch einer dieses Eric im hart ok 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 ja gut Watson was denn los da stehen da da kam was von hinten an so n inzest kind oh ich hab noch freilich ernsthaft mit einem schuss ja Cheater hey Ja, Melvin stimmt. Das stimmt nicht. Doch, natürlich stimmt's. Nein. Also, wenn's darum geht, vertraue ich dir, Melvin blind. Gut gemacht, Tyrox. Oh, wow. Was denn? Kranz. Ja, hast du gut gemacht. Hittet. Das war's, letztes Malvin. Okay. Ich kann schon weiterholst tragen. Kurz zumachen. Ach, Gott. Jetzt gucken, ob du die Tür... Achso, du machst gar keine. Ich mach jetzt erstmal hier oben weiter. Weil mein ganzes Fressfeld alles... Oh, nee. Ich könnte heulen. Das war sehr knapp. Hattest du mich auf die Achtung? Äh, wieso? Ach, ich bin schockt. Wieso baut der das Dach schräg? Äh, die Wände. Weil wir alle eine Störung haben. Aber das sowieso. Der eine, der andere weniger. Zum Beispiel, wie ich, habe eine ganz besondere, wunderschöne Störung. Wir haben alle wunderschöne Störungen. Aber ich hab die bessere. Also, also... Ich will's jetzt mit einer Störung angeben, oder was? Jo. Das ist Tyrox, der gibt doch immer an. Besonders mit meiner Störung. Wer hat hier einen Eingrufswagen mitgedreht vor Seiwurts Eingang? Ist das eigentlich... Oh, Scheiße. Ist das eigentlich euer Scheiße ernst? Ja. Nee, ich frag einfach mal. Prost. Oh, Scheiße, hier sind Leute. Leute, Leute. Er kann doch gern bleiben. Leute, hier sind Leute. Leute, hier sind Leute. Sag doch mal Hallo. Hallo. Ah, Leute, hier sind Leute. Leute, Leute. Leute. Brauchst du auf. Ich seh dich. Ich seh dich nur der langen Rennen und die anderen mit. Ja, bin dran. Tschüss. Merkst du was? Nee, wir merken alle nichts mehr. Nichts mehr, aber ganz erdig. Ich bin so Scheiße dabei. Oh, nichts mehr. Oh, nein, ich bin dran. Health Mix. Health Mix? Ist das Health Mix? Health Mix? Health Mix? Gesundheit's Meldung. Und? Sonne? Essen. Oh, wie schön. Stellt Gesundheit wieder her. Bitte. Ich möchte nicht mehr. Wo sind die? Melvin, sind die immer noch draußen. Warum? Ja. Melvin, komm mit mir her raus. Hier ist es wieder schön frei. Und da ist noch Hunger. Nein, ich habe Hunger. Yippie, wer hat das nicht? Stimmt. Melvin, seid ihr beide gestürzt? Melvin. Das frage ich. Hier sind ganz, ganz viele Leute. Und ich bin ganz ruhig. Wir stehen schon wieder im Stau. Und da, hier ist noch ein Ding. Warum sperre ich mich selbst? Ja, los, also, ähm. Ja, hallo. Ja, fein. So. Hallo. Mein Leder. Mein Leder. Warum, warum? Weiß ich nicht. Oh Gott. Ajo. Da schlägt er erst mal mich. Ich dachte, du wärst so reingeborene. Boah, das war aber jetzt die härteste Beleidigung ever für Server. Irgendwie schau. Es stimmt halt einfach, ich habe es halt ehrlich gedacht. Mh, mh, nee. Hallo. Steh. Steh. Tyrox, du kannst gerne mithelfen. Mit dem Holz. Wollen sie etwas Holz kaufen? Und? Es sieht so aus, als hätten sie, ähm, als bräuchten sie Holz. Es sieht so aus, als hätten sie Interesse an Holz. Oh Gott. Da muss ich ihnen leider zustimmen. Oh Gott. Oh Gott. Ohne Worte würde ich da mal sagen. Prost. Prost. Das ist einfach geil. Prost. Nein, scheiße. Jetzt bin ich einleuchtend. Was denn jetzt, Cassie? Einleuchtend. Ich glaube, ich habe einen weißen mit Kreuzen verbrannt. Okay, wenn da Nacktschnecken auftauchen, Cassie ist dran schuld. Okay. Aber es ist kein Schaden mehr an, oder? Gebäudeschaden. Äh, ups. Da, da. Nee, das ist nicht mehr. Welches Haus drin ist denn das? Nein, das ist aus. Das ist meins. Tut mir leid. Hey, da sind ein paar Leute vor meinem Haus. Wie hat Cassie mitgebracht? Nö, das sind zu viele. Okay. Das waren wieder fünf Stück. Cassie, was hast du gemacht? Ich glaube, ich muss einen hier in der Base töten. Hier war irgendwie auch einer. Ja, ich sehe da auch da hinten eine. Da, hier. Melvin. Melvin, hier. Da sehe ich einen. Aua. Geh einfach weg. Alles klar. Komm, da. Setz dich. Haben Sie Interesse an Holz? Äh, zeige. Es sieht so aus, als könnte ich mich nicht richtig hin. Danke sehr. Danke sehr. Du siehst doch richtig so aus, als würdest du jemandem Holz verkaufen. Wie sehe ich denn aus? Wie ein Holzfäller. Ich, ja, nicht. Nee, komm. Nee. Scheiße, ist es harig. Naja. Du siehst doch wirklich so aus, als würdest du wirklich lispeln. Was macht ihr alle mein Maus? Ja, komm. Setz dich auch, Aik. Nö, nö. Aik, sie sehen aus, als würden sie ein Kira mit uns getreiben. Alter, ich hab grad trägt. Sie sehen aus, als würden sie es gerne mit uns treiben wollen. Oh, das hast du dir getan. Hä, ihr seid Brüder, Schwester, Brüder. Ihr seht einfach... Ja, das war richtig, Schwestern, genau. Ihr seht einfach gleich aus. Ihr seht einfach einfach... Nee, ich las... Weißt du was? Ich lasse euch einfach da allein. Danke. Immer nochmal. Hier, ich mach euch noch Musik an, warte. Und Melvin, nein. Nicht Schwestern, sondern Pärchen. Ha. Was ist denn gar nicht so? Sie zuckt mal. Das ist so schön. Boah, ich hab grad wirklich Tränen. Zurück zum Thema Zukunft. Halten Sie jetzt Interesse am Holz? Weil Sie haben jetzt nicht wirklich so ein Dachdiener. Wissen Sie? Nee, ich kann nicht mehr. Nee, Cassie, lass mich raus. Was ist denn da raus? Nein! Lass Tyrox einfach da. Lass einfach Tyrox da. Ich baue mir ein neues Haus. Ich baue mir einfach ein neues. Oh, danke sehr für das Leder, für die Bilder. Danke sehr. Ach so. Sag mal, lachen Sie mich jetzt gerade raus. Nee, komm Tyrox, raus hier. Ui. Wir haben da etwas zu knabbern. Das prickelt so schön. Äh, bitte? Das prickelt. Oh, ja. Dank. Oh, oh, oh. Cassie. Danke sehr. Das prickelt. Bist du tot? Bist du tot? Bist du? Okay. Das hat gar nicht geprickelt. Sie sind die Verräter. Ah, jetzt wird der Server gespeichert. Ja, jetzt ist ja auch ein bisschen zu spät dazu. Bist du? Bist du, wissen Sie? Also, wir haben da etwas ganz, ganz breiches, äh, kleines, äh, kleines, oh, die haben ja, reihemittel, keinem mehr. Weg, verführer. Oh, das ist ja, das ist ja, oh. Weg, er blinde davon. Oh, danke schön. Geh weg. Oh, danke schön. Hier, also Mond geht unter, wir könnten dann mal in die Dingshöhle. Also, also, das heißt, der Tagspiel. Auf zu nispeln, ehrlich. Das, das, ich kann nicht. Warum? Warum? Weil das so zu seinem Charakter passt. Ja. Ja, dann ist das gut so. Alter. Boah, wir haben aber lecker Beine hier, das muss ich mir machen. Ja, das kannst du dir gern nehmen. Danke sehr für die Beine. Du hast ja ernsthaft alle zwei genommen. Ich geh dann mal. Oh, warte mal, kann ja hier noch was. Oder ist sie? Nee, geh bitte. Geh. Ach, Tati, was haben wir? Geh bitte. Ich kann das nicht mehr. Warum könnt ihr das nicht mehr? Das ist ja richtig, geht nur Beleidigung. Ich will abschließen. Mit was wollen sie abschließen? Ja, wenn nicht, dann ist sie einfach ihre Hintertür. Sag mal, warum haben sie eigentlich keine Hintertür? Das ist wohl die Verarschung. Hör auf zu fragen. Hör auf. Nee, ich geh jetzt. Tschüss, Tarots. Tschüss. Oh, Herr. Ja, gut, äh. Du bist ein Trampler und Tramplix. Danke für ihr Mauer. Danke für dein Trampler. Ja, doch, bitte. Ey, lass doch mal unsere Kumpels rein. Das sind doch gar keine. Wenn ich hier raus. Da sind sie, die kann mich äffnen. Du harsch. Du hast gesagt, ich soll die raus. Ich soll das aufmachen. Oh Gott. Hör, ähm. Hör, hör, hör. Hör, hör, hör. Hör, hör, hör. Haben sie Lust an Gold? Geh weg. Hör, hör. Hör, hör. Haben sie Lust an Gold? Hör, hör. Oh, ich mach. Hör, hör, hör. Hör, hör. Ey, das... Ne, dieser Mutant ist so ein halbes Trampolin, ne? Boah. Ja. Hör. Oh, das ist so schön. Oh, ne. Also, ähm, ja. Ich kann nicht mehr. Oh, ne. Ähm, von mir aus können wir gerne mal losziehen, denn ich brauch jetzt definitiv was. Ach, ach so. Oh, ähm, ähm, ach, warum haben wir, hab ich ne rote, rosa, rote, rohe Exe? Rosa, rote Exe? Oh Gott, ich muss echt aufhören, wieso zu sprechen. Also, ich, ich gehe jetzt Richtung Dynamit. Oh, ich habe mir erst mal ein paar Drinks and Snacks. Oh, genau. Ich muss mich erst mal kurz heilen. Wissen Sie was, sag ich? Nee. Aber Sie werden es mir bestimmt gleich sagen. Wissen Sie? Hier, hier können Sie... Wenn man sagt, da sind Münzen, da ist ein Kochbuch, oh, ich bin angegriffen. Ja, deswegen renne ich weiter. Äh, 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 Herr Eil, was heißt, da kommt jemand mit, äh, ähm... Ey, Talonox, hör bitte auf. Warum? Ich kann das nicht mehr, Alter. Warum könnte das nicht mehr? Und hör auf mich, sie zu nennen. Du bist kein Baumverkäufer. Ich bin ein Bäumverkäufer. Du verkaufst... Ich bin ein kniesnass Nappi. Das passt so zu seinem Charakter. Äh, ja. Deswegen liebe ich meine Mutter. Sie hat nämlich genauso ausgesehen wie meine Nachbarin Dolores. Soll das einer ansp... Ich... Nee. Ich frag gar nicht erst. Warte mal, das war jetzt komplett aus dem Kontext rissen. Ja, wo bleibt ihr denn? Das hört sich ein bisschen an wie Forrest. Also, Run Forrest. Nee, Forrest, sorry. Herr Eil, ich... Ich... Es scheint so, als hätte ich nicht verlaufen. Ich muss das gleich in den Dienst-Channel posten. Warum sind hinter dir Besucher? Ich habe... Das ist Tyrox. Was erwartest du? Die wollen von ihm Holz abkaufen. Ja, das auch. Das sind potenzielle Kunden. Ich... Ey... Ich habe echt den übelsten Schaden, Leute. Ey... Ah, hier sind... Hier sind dann Bienen. Äh, 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 oh, 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 oh. Ähm, Tyrox. Rossehilfe. Oh Gott, ich hab mich nicht verstanden. Ach T-Talks. Ich dachte, du schaffst das. Ich brenne nicht. Oder doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mann. Wollen Sie mich eigentlich verrasen? Dieses Zeiss Kunden sind so breit und unverzähmt. Cassie, jetzt komm her. Tyrax, das geht doch höflicher. Frau Dolores, könnten Sie bitte... Warte mal, nee, warte mal. Frau Dolores, könnten Sie jetzt bitte auf der Stelle hierher... Ich weiß es nicht, ob ich das könnte. Hätten zu viele von diesen Feiern... Hätten Sie Lust hierher zu wandern? Ey, nee, dich hebe ich nicht auf. Das ist echt geil. Oh Gott, danke sehr, ich hab extra... Nee, ich renne jetzt zu eigen. Red mit Cassie weiter, bitte. Red mit Cassie weiter. Aber glaub, ich würde da ohnen übelsten Schaden kriegen, ey. Wenn der den ganzen Tag so reden würde. Ja. Aber das zeigt doch wieder, dass er nicht mein Sohn ist. Das ist schön. Ja, das ist sehr schön. Aber warum seid ihr denn so weit vorne, Leute? Swollen? Leute, warum rennen wir jetzt vorne? Boah, ey. Boah, ey. Voll asozial. Genau. Das geht mal gar nicht. Hier sind ganz, ganz viele Dämmelpfleger. Damit kann ich... Alter, diese Leiche. Ey. Oh, Brüste. Was? Hast du noch nie Brüste gesehen? Oh, die ist einfach ausgewichen. Die ist voll Multitasking und so. Die ist hier, aber die weicht halt echt aus. Ja, die ist halt richtig... Ja, die ist schlau. Ja, die ist schlau. Nichts Neues mehr. Oh, sorry. Uga, Uga, Uga. Oh Gott. Hier ist noch jemand, Mann. Oh, da ist ganz viel Soda. Und nochmal Soda. Ey, das war heute wahrscheinlich die verrückteste Folge, Ach, ich hab ja noch Angst. Ach, ich hab ja noch Angst. Warum hab ich so lange? Was? Und damit wohl die lustigste. Jaaa... Lieber Frau... Liebe Frau Dolores. Sie feine mir so als fessende Lust an ein bisschen prickelndes Mund. Äh, ich hab ja noch Angst. Ich hab ja noch Angst. Ja, ich hab ja noch Angst. Vielen Dank.